Herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil des Pax Augusta Demo-Prologs. Morgen kommt die Demo endlich, also lasst uns die Geschichte beenden. In Rom angekommen baute dein Vater das Handelsgeschäft auch dank den Beziehungen von Piso aus und konnte etwas Geld beiseite legen. Irgendwann, wann genau, weiss man eigentlich nicht mehr so richtig, erzählte Piso davon, dass es in der Provinz Germania immer mehr Möglichkeiten gäbe, um Geschäfte zu machen. Die einheimischen Stämme seien nicht dumm, verkaufen aber ihre Waren immer noch viel zu günstig. Deinem Vater war die Sache jedoch nicht sehr geheuer, denn per Zufall lief er am selben Tag noch über das Forum und hörte, wie jemand von der Rostra aus die Neuigkeiten aus dem Imperium in die Menschenmenge schreite. Wieder seien Versorgungstrupp angegriffen wurden, der die Legionen in Germanien versorgen sollte. Da fasste dein Vater einen Entscheid. Er und seine Familie würden das Handelsgeschäft verkaufen und nach Gallien ziehen. Von Gallien aus werden die Versorgungsdrosse organisiert, welche die Legionen mit Nachschub beliefern. Dies könne ein erfolgreiches Geschäft werden, denn aufgrund der vielen Überfälle stiegen die Preise für den Transport fast wöchentlich. Fast neun Monate später kam der Endlichen Gallien an. Genauer gesagt in einer kleinen Siedlung namens Aventicum. Hier hat dein Vater ein kleines Streifenhaus gekauft. Es wurde erst kürzlich gebaut und war auf der einen Seite direkt mit dem Nachbarshaus verbunden. Diese Bauweise hatte den Vorteil, dass weniger Kälte ins Haus kam und es dadurch durch das Nachbarhaus zusätzliche Stabilität gäbe. Auf der Seite zur Strasse hin gab es ein kleines Verkaufsgeschäft. Dieses hatte dein Vater sogleich an einen Händler vermietet, der Schmuck verkaufte. Auf der Hausrückseite hatte es einen kleinen Garten, in dem man Gemüse und Früchte anbauen konnte. Da auf der einen Hausseite noch kein weiteres Gebäude gebaut wurde und der Platz leer stand, kaufte dein Vater zwei Ochsen und ließ diese dort weiden. Dein Vater kümmerte sich umgehend um den Kauf von Wagen und Zugtieren, um die Waren zu den Legionen zu transportieren. Piso kümmerte sich währenddessen um die Kontaktaufnahme zu den Legaten der Legion und Bestellungen aufzunehmen. Die Geschäftsidee schlug ein wie ein Wunder. Dein Vater begleitete den Tross jeweils aus Sicherheitsgründen nicht. Jedoch konnten die angehörten Schläger, die den Tross jeweils begleiteten, jeweils die gesamte Ware verkaufen. In der Regel begleitete Piso die letzte Lieferung vor dem Winter persönlich, um neue Verträge für das kommende Jahr abzuschliessen. Bei dieser letzten Reise kam Piso zurück und erzählte deinem Vater, dass ein Stadthalter, der in der Nähe des Stammes der Batawar, Soldaten befehlige. Dieser suche neue Verwaltungsbeamte. Dies wäre ein guter Zeitpunkt für seinen Sohn, also dich, erste Erfahrungen zu sammeln. Denn dein Vater fand die Idee spannend, obwohl ihm etwas Sorgen bereitete, dass sich an der Nordgrenze des Imperiums, also beim Stamm der Batawar, noch andere Stämme befänden, die zwar mehrheitlich den Römern freundlich gesinnt seien, jedoch gäbe es immer wieder kleine Aufstände von lokalen Häuptlingen. Trotzdem hat sich dein Vater dafür entschieden, dass du nun bereit seist, deine ersten Erfahrungen in der römischen Verwaltung zu sammeln. Er mietete daher einen Platz auf einem Flachboot, mit dem man auf den gefährlichen Flüssen in Gallien bequem reisen konnte. Später an der Nordgrenze würde er dann für dich einen Reisewagen mieten. Für dich war der Abschied schmerzhaft, nie bist du von Vater und Mutter gleichzeitig getränkt gewesen. Piso ist jedoch bereits einige Tage zuvor aufgebrochen. Er knüpfte erste Kontakte, kundschaftete die Gegend aus und wird dich dann an der Nordgrenze des Imperiums empfangen. Das war der Prolog der Pax Augusta Demo. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für euren Support und würde mich natürlich freuen, wenn ihr viel Spass morgen mit der Demo habt. Danke vielmals für euren Support.